Welches Betriebssystem nutzen die Mitarbeiter von Google? Vielleicht hast du dir diese Frage auch schon einmal gestellt. Google ist ja ein riesiger Konzern. Zum einen die Suchmaschinen, die kennt jeder, dann aber auch verschiedene andere Dienste. YouTube zum Beispiel hat eine Monopolstellung, der Play Store für Android-Geräte, Google Mail, Cloud-Dienste. Also hier gibt es eine ganze Palette, ein Riesenkonzern. Da schauen wir uns jetzt mal an, was dort so als Betriebssystem eingesetzt wird. Und so viel kann ich schon mal spoilern, Windows ist es nicht. Stattdessen setzt der Konzern auf freie Software und zwar mit mittlerweile über 100.000 Mitarbeitern. Die ersten Belege für den Einsatz von GNU-Linux bei Google, die stammen aus dem Jahr 2006. Zum einen fing das hier an mit solchen Gerüchten, wo auch größere Medien aufgegriffen haben, dass Google hier ein eigenes Betriebssystem auf Basis von Ubuntu, also von GNU-Linux, auf den Markt bringen möchte und das Ganze Google OS nennt. Zu diesen Spekulationen gibt es hier im Ubuntu-Forum auch ein Screenshot, der soll das angebliche Google OS zeigen. Hier unten sieht man das Google OS Bild und eine Bildnummer. Das konnte man damals aber nicht bestätigen. Das scheint damals so weite Kreise gezogen zu haben, dass sogar einer der Gründer von Ubuntu einen Blog-Eintrag über diese Gerüchte schreibt. Er teilt ihnen eine klare Absage. Das heißt also, Google arbeitet nicht an einem eigenen Fork von Ubuntu, das sie als Google OS oder unter anderem Namen veröffentlichen möchten. Ihr so nebenbei erklärt ja in diesem Beitrag, dass Google intern sehr stark auf GNU-Linux setzt. Sie haben eigene Versionen von den großen Distributionen, wie zum Beispiel Red Hat, Suse, Debian und eben auch Ubuntu. Das sind jeweils Versionen, die Google für sich angepasst hat. Zum Beispiel bei Ubuntu wäre das das Gubuntu. Er lobt ja auch den Konzern dafür, dass er Patche zurückliefert, die über Ubuntu dann auch in Debian, also die Basis von Ubuntu wiederum, Einzug finden. Weitere Quellen zeigen hier aus dem Jahr 2007, also nicht allzu viel später, Screenshots, die hier angeblich das Gubuntu-Logo von dieser Distribution zeigen soll, die ja nicht öffentlich ist, also bloß intern bei Google von den Mitarbeitern genutzt wird. Ob das so stimmt, kann man nicht zweifelsververifizieren. Fakt ist jedoch, Ubuntu existierte und war 2006 bei Google im internen Einsatz, zusammen mit anderen Distributionen. Bei Servern geht die Geschichte sogar noch weiter zurück. Hier haben wir einen Artikel aus dem Jahre 2000, in dem Red Hat erklärt, dass man hier mit Google ein Unternehmen hat, das stark auf die Red Hat Enterprise Server setzt, also auch eine GNU-Linux-Distribution, die für den Firmeneinsatz optimiert ist. Zu dieser Zeit soll Google seine Suchmaschine auf über 4000 Servern mit Red Hat Enterprise Linux laufen lassen. Man sieht, dass Google schon von Anfang an auf GNU-Linux gesetzt hat, denn das Unternehmen Google, das gibt es ja erst seit 1998, heißt, hier war das also gerade mal zwei Jahre existierend, als dieser Artikel hier erschienen ist. Ebenfalls belegt ist, dass etwas später im Jahre 2009 rund 10.000 Mitarbeiter bei Google diese auf Ubuntu aufbauende Distribution verwendet haben. Da gibt es hier einen Artikel zu, wo auch wieder einer der Gründer von Ubuntu hier interviewt wurde. Das ist hier weiter unten drin. Da steht es in einem Satz, fast 20.000 Mitarbeiter hat Google und knapp die Hälfte davon, die nutzen eben dieses Ubuntu-Betriebssystem, das sie Ubuntu nennen. Leider ist nicht ganz klar, was der Rest verwendet, also die Differenz zu diesen 20.000 Mitarbeitern und der Hälfte, also ganz grob 10.000, die hier übrig sind. Nachdem in diesem Artikel von 2006 oder in diesem Blogbeitrag aber beschrieben wird, dass Google intern sehr viel Distribution verwendet, eben auch von Debian zum Beispiel, Suse und so weiter, kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich der Rest sich auf die verteilt. Und ein gewisser Teil wird auch mit Windows benutzt worden sein. Das belegt nämlich hier einen Artikel aus 2010. Da gab es mal wieder eine schwere Sicherheitslücke im Internet Explorer von Microsoft, von dem auch Google betroffen war. Das heißt, ein paar haben das da. Man weiß jetzt nicht genau, waren das zum Beispiel Tester. Da gibt es ja auch welche, die dann Software für Windows entwickeln. Vermutlich wird auf jeden Fall ein Teil auch mit Windows betrieben werden. Dafür spricht dieser Artikel. Manche von euch denken sich jetzt vielleicht, wie kann das denn sein, wenn wir hier mal auf StatCounter schauen. Das ist so eine grobe Einordnung mit den Marktanteilen. Dann liegt da Windows bei über 72 Prozent und Linux bei 4 Prozent, was schon recht viel ist. Wir waren erst vor kurzem bei 3 Prozent. Das steigt also. Wir können hier mal in die historischen Daten reingehen. Vom Jahre 2009, das sind die ältesten von dieser Seite. Da ist hier ganz oben Windows mit über 95 Prozent Marktanteil. Linux hier irgendwo ganz unten. Das sehen wir gar nicht. Da müssen wir erstmal hier die anderen ausblenden. Dann ist das hier mit schlappen 0,64 Prozent. Warum macht Google also sowas, was anscheinend kaum ein anderer gemacht hat, vor allem nicht zu dieser Zeit? Es ist zwar so, dass zur damaligen Zeit Linux vor allem für Computerspiele nicht so wirklich gut geeignet war. Da gab es auch Schwächen bei gängiger proprietärer Software, Videoschnitt zum Beispiel. Doch in der IT sieht es ganz anders aus. Allein das Web ist komplett auf offenen Standards und offener freier Software gebaut, sodass es hier oft sogar besser geeignet sein kann. ByStack Overflow, das ist ja einer bekannten Plattform für Entwickler. Die machen da solche regelmäßigen Umfragen unter den Entwicklern. Wenn wir da mal auf ältere Daten gucken, 2013 wurde auch gefragt, was ist das primäre Desktop-Betriebssystem, mit dem man am meisten arbeitet. Da sagt hier bloß 48 Prozent der Teilnehmer. Ich nutze Windows 7. Gibt es noch ein paar andere Versionen. Da kommt Linux schon auf knapp 20 Prozent Marktanteil. Das ist schon mal weitaus mehr wie hier und viel mehr wie zu der Zeit damals. Diesen Marktanteil konnte Linux auch weiter ausbauen. Hier gibt es nämlich diese Umfrage, die wird dieses Jahr durchgeführt, hier mal von 2022. Hier wurde auch gefragt, was ist das primäre Betriebssystem. Windows kommt hier selbst beim professionellen Einsatz bloß auf 48,8 Prozent. Linux ist hier bei um die 40 Prozent, also nochmal eine Verdopplung innerhalb von wenigen Jahren. Für diesen Trend gibt es einige Gründe. Zum einen ist Linux nach wie vor Standard im Serverumfeld, schon allein deswegen interessant für Entwickler. Das wurde gefestigt durch zum Beispiel Container. Auch das ist Linux-Technik. Das kann Windows bis heute nicht wirklich nativ, sondern muss hier auf VMs mit Linux zurückgreifen. Dazu hat Microsoft sein Ökosystem jahrzehntelang vernachlässigt. Das hinkte Linux oft deutlich hinterher. Hier habe ich mal ein paar Beispiele gebracht, die es unter Linux schon seit Jahren bis Jahrzehnten gibt. Mehr als 15 Jahre lang war Ubuntu Standard bei Google, bis 2018 die Entwicklung von G-Linux begangen, also Google Linux. Da hat man jetzt den Unterbau gewechselt. Bisher war es Ubuntu LTS. Nun bildet Debian die Basis, und zwar nicht der stabile Zweig, wie viele kennen Sie, Debian Testing. Da gibt es hier im Google-Blog einen interessanten Blog-Eintrag, wo das später rückwirkend noch mal ein bisschen zusammengefasst wurde. Da wurde auch erklärt, warum hat man diesen Wechsel vollzogen. Debian Testing ist Roll-in-Release. Das bedeutet, statt klassischer Hauptversion vom Betriebssystem werden die Updates der Softwarepakete immer fortlaufend aktualisiert. Für die Entscheidung gab es mehrere Gründe. Zum einen sind die Geräte stark gestiegen. Hier in diesem Beitrag spricht man schon über 100.000 Geräten, also eine ganz andere Hausnummer. Wir erinnern uns vorher, da waren das so 10.000, knapp 10.000, jetzt über Faktor 10 mehr, also deutlich größer geworden. Durch diese riesige Menge benötigt der Konzern trotz Teilautomatisierung etwa ein Jahr von der Vorbereitung, bis das vollständige Upgrade auf allen Geräten durchgeführt ist. Dazu gab es mit LTS weitere Probleme. Das könnte man laut Google mit Roll-in-Releases deutlich verbessern. Hier beruft man sich auf das CI-CD-Muster, wo ja generell der Trend sagt, wir sollen eher weniger große Releases machen, stattdessen mehr, also häufiger veröffentlichen und da sind dann jeweils kleinere Änderungen drin. Man führt jetzt zunächst Akzeptanz-Tests durch. Das wird dann auf 1% der Geräte ausgerollt. Man erwartet ein paar Tage auf Rückmeldungen. Wenn es da keine größeren Themen gibt, dann schaltet man das für alle frei. Ganz spannende Artikel, die beschreiben da auch ein bisschen das Bildsystem. Die übernehmen zum Beispiel nicht die binären Pakete, wie man es jetzt vielleicht denken mag, sondern bauen sämtliche Pakete mit dem Quellcode selbst. Das verbessert die Sicherheit. Sie können da zur Not selber Patche ausrollen, wenn da was Kritisches ist. Das ist also eine ganz sinnvolle Sache. Jetzt hätte man auch das Problem, man hatte ja von der Ubuntu-Basis die ganzen Geräte noch und wollte jetzt eben diesen Wechsel durchführen. Bei Windows ist es üblich, dass man die Geräte meistens im Unternehmen gleich austauscht. Also wird ausgemustert und dann kriegt der User ein neues Gerät, muss das einrichten. Also ein riesiger Aufwand. Da hat man sich hier überlegt, muss das wirklich sein, geht das nicht besser? Und ja, man hat einen Weg für einen In-Place-Upgrade gefunden. Das laufende System wird von Ubuntu auf Debian umgestellt, vereinfacht gesagt. Das letzte, das hat man dann 2019 abgelöst. Seitdem ist Ubuntu Geschichte. Die beschreiben hier auch, dass sich der Wartungsaufwand mit Gelnux ewig reduziert hat. Vorher hatte man mehrstufige Testphasen mit diversen Alpha, Beta und Qualitätsversionen zur Abnahme. Das war ein Haufen Arbeit. Jetzt reicht eine Person für die wöchentlichen Aktualisierungen, die man hier ausspielt, aus. Der Stress ist zusammen mit dem Arbeitspensum deutlich gesunken. Und parallel hat sich auch die Qualität der Software, also vom Betriebssystem, verbessert. In Zukunft möchte man hier dann noch starker am Debian bleiben und auch die Änderungen, die man hier macht. Zum Beispiel Patche für Fehlerkorrekturen, die dort mehr zurückgeben, damit das da einfließen kann. Übrigens läuft Googles Linux nicht nur auf physischen PCs und Notebooks. Ein Viertel der Geräte, also ein Viertel der Google-Mitarbeiter, die haben ihre Geräte auf virtuellen Desktops gehostet. Das kennt man von Windows und Citrix mit Terminal-Servern und Clients. Auch hier jedoch keine proprietären Produkte, sondern da setzt man auf Open Source. Wie schon zuvor ist man unabhängig. Während man also hierzulande gerne behauptet, für größere Umgebungen, da braucht man doch unbedingt Windows mit den Group Policies, die Active Directory-Geschichte, Office, all das ist notwendig, sonst klappt das doch nicht. Da hat Google es vorgezogen, nicht zu diskutieren, sondern einfach mal zu machen. Und das funktioniert soweit wunderbar. Klar, das ist nicht überall übertragbar, aber zumindest hier auf ein IT-Unternehmen, da funktioniert das perfekt in einer sehr, sehr großen Umgebung. Schauen wir mal an die Zahlen. Zum ersten Quartal 2019 hatten die über 104.000 festangestellte Vollzeitkräfte. Der Großteil von denen arbeitet also mit GNU Linux. Das ist eine Minderheit, die dann auch Windows verwendet, wenn überhaupt, wahrscheinlich für einzelne Tests von Software, die da laufen soll. Für solche Geschichten. Damit fährt Google ziemlich gut. Wenn wir hier mal gucken, die Top 100 größten börsennotierten Unternehmen der Welt, da ist Alphabet, der Mutterkonzern von Google, auf Platz 5. Macht einen Umsatz von 282,5 Milliarden Euro, davon 67,9 Milliarden Gewinn, kann man also ganz ordentlich mit Geld verdienen. Finde ich eine spannende Sache, zumal man hier auch unabhängig ist von hohen Lizenzkosten, den Gefahren durch Datenabfluss. Allein Microsoft Office 365 hat ja über 25.000 Ereignisse gehabt. Außerdem die ganzen Gängelungen, denen man sich da ausgesetzt ist, all diese Themen, die man mit proprietären Systemen hat, die fallen hier weg. Da ist man frei und unabhängig, kann sich das so, wie man das möchte, zusammenstellen. Leider ist Google Linux nicht öffentlich verfügbar. Lobenswert finde ich dagegen, dass Google ihre Upstream-Distribution, also Debian, unterstützt und das ausbauen möchte. In der Richtung brauchen wir mehr. Hättest du gedacht, dass bei Google-Mitarbeitern Linux eine Tagesordnung ist und die fast nur darauf setzen? Schreib es gerne mal auf YouTube, seh ins Forum oder die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.